Spielst du gegen deinen Counter? Du hast Jax eher gepickt, oder was? Ja Und dann hat er Garen gezogen? Ja Ah ja, Azrael, dann Victor Fiddlesticks, dann hast du Jax, dann haben die Garen Asht und dann Leon Sion und dann Syndra Er darfst du versuchen zu farmen Ja, wird schwer, ne? Er kann dich immer harassen mit Q Was für Runen hast du? So Misch-Misch-Runen, oder wie viel willst du? Äh, ich hab AD-Runen, ich spiele eigentlich immer Full-AD Ich weiß nicht genau Ne, würde ich nicht machen, also Äh, nicht Full-AD, also AD-Tank Also nichts mit AP Mach AD-AP, das muss so ein Misch-Ding ist, oder weißt du nicht, was du da kaufen sollst Ja, ich wüsste schon was Nashoor ist zum Beispiel auch ganz geil, kann man auch für ihn benutzen So, ganz So ganz shitty go, easy go in, Alter Ja, ich nehm auf, ne? Mhm Ah, ich find aber trotzdem der Azrael-Skin, den ich hab, da ist am besten Ich fang wieder mit Boots und 4 Pods an Boots, was willst du haben? Digga, erstmal am Anfang, du weißt doch, was ich immer meine Philosophie ist Gar nicht angreifen, einfach nur ganz ruhig No, ne, ich meinte Boots, Pink Boots und Normal Boots Kauf, wie du willst, aber solange du Boots unten hast, ist mir das relativ egal Okay Solange wir genug Vision haben, weil jetzt können wir sehr, sehr stark gegangt werden vom Thrybush aus, deswegen Mhm Sollten wir da schon was haben Ja Ich werd mir jetzt, glaub ich, so ein Licht mal kaufen, das ich unter meinen Tisch klemme Mhm Und dann so ein, einfach nur so ein kleines Licht, das man anmacht, das dann so die Tastatur beleuchtet Damit ich nicht immer mein großes Zimmerlicht anhaben muss, weißt du so? Ja, klar Oder so ne, so ne Tischlampe, die man irgendwie hier an der Seite so festklemmt und dann anmacht Mhm Guck ich mal, ob ich da was finde Wir haben Ash als Gegner und Fiddle, ja, das ist halt ein bisschen Viertel ist wie das Quisi Ja, Viertel werden wir sowieso als erstes ziehen Wenn wir in Level 3 sind und dann gucken wir mal Sein erstes macht er sowieso sein E und dann sein Q und dann auch sein W Also, sie werden dann auf jeden Fall ihn fürchen Ich lebe diesen Scan-Mann von Ezreal Oh, hallo Youtube Hallo Hallo W kümmss Bye Etik Getsch 4 Ich habe nicht gedacht Jetzt Hahahaha Hahahaha Noob turning back now Genau wie deine Unterwäsche Leona Ja Ist genauso awesome Uuu Ich werde mein eigenes Zukunft machen Ich werde mein eigenes Zukunft machen Guck mal, wir werden jetzt sofort Ehlen machen Ja, das sieht man ja nicht Soll er doch machen Oh Mist, fast hätten wir ihn Ich habe einen Pink hier rein Komm Drittelhart, einen Pink-Partner Das Ding ist, lass mich nur farmen und wenn wir dann so Level 2, 3 sind, dann können wir ihn eigentlich angehen, weißt du so? Ja Lecker Ganz entspannt, alles einfach Wir müssen mal eine Position ändern Ich habe jetzt mein E erstmal, dann kann ich folgen Mh Warte mal Aber noch nicht, lass mal ein bisschen erstmal Minions kloppen Mh Das Aaron war schon fast so hart Ja, wenn du mit Jax aggressiv spielst am Anfang, dann ist das ganz gut Alter, das E geht sogar hier rein bei mir oder wat? Wtf Go Boah, guck mal wie wenig live der hat der Typ Wtf, wieso macht sie so viel Damage? Crit Ja, sie hat aber nur für ein Auto-Hit Crit Guck mal was ich jetzt mache bei ihm, warte Ich flash mich gleich rein Alles klar Oder flash du dich einfach rein und dann folge ich ab Aber warte mal, nee, zu viele Minions Zu viele Minions Ich komm erstmal in die Minions weg Woah Komm zurück Nein Alles klar Ja K6 kommt Der hat auch keine Worts gestellt am River Ja, dann soll er kommen Go Nice Lass sie einfach Sie soll ein bisschen weggeben, die kleine Pussy Hilfe, sie verfolgt mich Immer, immer, immer auf Immer auf Fiddlesticks Einfach nur Fiddlesticks Ash einfach ignorieren, weil Fiddlesticks Wie Butter, Alter, den kannst du so Das ist wie als wenn du ein warmes Messer nimmst Und durch Butter gleitest So ist der ungefähr Ja, der hat keine Wurstung oder sowas Er hat nur Magic Business, der Double Ja, er ist ein bisschen Squishy, der ist like as a hell, bitch Mist, ich hab den großen CS, der passt los, Cosima Na, ist zu spät Na, ist zu spät, die EG da wollen zurück Lass uns sehen müssen Einfach AQ Ja, ein bisschen Poken muss sein Ja, ein bisschen Poken muss sein Wow, gut Job, Digga Aber Hasi kannst du vertrauen, Digga Der Typ ist echt gut, Alter An Leuten Ja, also Da kann man nichts sagen Er hat mir schon so oft bewiesen Auch AD Carry Tristana Macht da einfach so krass Aber Schön viel damit Er hätte eigentlich Er Guck mal, wie mad der Typ ist Er geht nach vorne Und versucht dich zu Mach mal Mach mal Mach mal ein Ward hier rein Weil ich will bis 1200 noch farmen Damit ich mir Schäden hole Ward habe ich keinen leider mehr Echt nicht Ich habe ja den kompletten Warts bei ihm ja rausgenommen Da hast du Ward over Ich hole mir den Ward Ja, sei vorsichtig Warte, ich komm mit Ja Ey, stimmt Machst du bei mir keinen Schaden, Bitch Guck mal, die ist jetzt weggegangen Ja, die farmt nicht Kriegt keine EP Guck mal, sie ist Level 4 Du kannst mit E rauf Geh mal mit E rauf Oh, ich habe sie ignited Oh, ich verliere zu viel Life Ich habe kein Mana mehr, hau ab Oh, sie hat's weggeflasht Ja, sie hat geflasht, das ist gut Flash out Lass uns weg Lass uns einfach weg Uh, guck mal, die waren zu dritt unten Oh, 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 oh Guck mal Wer ist denn das da, Elise? Okay, ja, diven tun die nicht Das glaube ich nicht Nö, nö Oh, Mann, das nervt Warte mal, ich habe noch einen Coup Ja Geh weg Pass auf, dass du nur von dem E nicht getroffen wirst Von wem? Achso, von dem E Ja, ja, ich habe keinen Bock Ja, ja, ich habe keinen Bock, dass es eh hin und her springt Ja Ah, jetzt kommen wir zurück Ich verstehe Ich verstehe aber den Victorious Elise-Skin Ich weiß ja nicht Jetzt wollen alle Elise spielen Ich finde den Skin so hässlich Hm Auch wenn ich Gold, auch wenn ich Gold gekommen wäre, hätte ich den nicht gespielt Grimdark Future, huh? Too easy Wir müssen jetzt, bevor sie 6 ist, die Ash Mh Müssen wir nochmal Fiddlesticks ziehen, bevor er auch 6 ist, weil dann wird es eklig Fiddlesticks wieder, aber war ein Coup Wir können Fiddlesticks wieder machen, das wäre der Rest ja Ach ja, Sion AP, Alter, sein Schild ist so riesig, Mann Naja Das ist so ein Biest, Alter Das ist wie gesagt Das ist egal, ob das Syndra ist, weißt du? Er tickt das ja alles weg Mit den Er stunnt sie, und dann Wofür soll ich warden für dich, Schnucke? Mir ist egal, warden Ja, hier ist gewaddet, ne? Oh ja, guck mal wie Ash Los, rauf auf All systems charged Okay, genug gefolgt Nein, Mann, Junge Ich mach viel Ich weiß wie viel Damage ich mache Na klar Die wollten aber unbedingt den ward beschützen, weißt du? Wow, nice, geht's halt, Alter Sag doch, Dinger Vertrau mir ruhig, Mann Wenn ich Ezreal spiele, dann weiß ich, was ich mach Ich geh mal mit Rebrush warden, ne? Wir müssen aufpassen, ein Viertel hat, äh, Red Buff Ja Jetzt hab ich Armin Armin ist weg, mehr auf mich Na, Viertel ist eh, macht ja keinen Damage mehr Bei mir sowieso nicht Ich hab 93 Amor Er haut auf Magic Schaden So Der haut Magic Schaden ist egal, aber es macht trotzdem keinen Schaden bei mir Na klar Ich bin wieder da auf der Land Wooo Na, guck mal, Viertel bleibt nur hinten Soll ich ein bisschen merken Geh, bleib hinten Viertel Bleib mal hinten weiter, bleib mal hinten weiter Bleib mal hinten weiter Okay Ich will, dass du gleich einfach jetzt die Ulte ist und dann ist gut Warte Ulte mal jetzt Ulte die mal Go Oh, Elise kommt weg, weg Weg, 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 weg Boah Du bist tot, ne? Ja, in dem Moment, wo wir unsere Kombo machen, kommt dann diese hässlige Elise runter Sonst hätten wir beide gekriegt Oh, Sion und so, ist denn da Ja, guter Job Naja, aber Sion hat den Pill genommen Das ist okay So, ihr seht hier YouTube, so spielen wir relaxt langsam Kein A-Rage Sobald ihr ragt, verdient ihr das Spiel komplett Naja, es hat einfach, es hat einfach keinen Sinn Sich irgendwie irgendwas aufzuregen, weil das einfach immer mega behindert ist Weil man die ganze Zeit so, so wie ich immer geflamed hab früher bei LOL Das hab ich gemerkt, das ist einfach so sinnlos So richtig sinnlos Ja Digga, ich warte dann weiter tiefer in den River hinein, ne? Weil Ich muss mal gucken, wie viele Lars sich da oben noch abgreifen kann mit der Ult Und nichts Scheiße, die Minions haben zu schnell den Dings geklärt Und ich komm wieder Ja, echt, ist da oben? Hat sie dich gesehen? Nein Doch Finn hat mich aber gesehen Und Elise Komm weg bitte, versuch wegzukommen Oh Gott Hey, mach Stun oder sowas Loll Good job, ich komme, ich komme Die Ulti war ja Ohhhh 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 Geh du weg, dass du nicht getroffen wirst, dann ist gut Ja Aber guck mal wie ich die ganze gesamte Lank gewordet hab bei denen jetzt Das ist für uns, okay Wir haben seinen Ward weggemacht Welchen? Fiddle sein Ah, okay, gut Digga, warum ist der Aggro auf mich? Ich hab doch überhaupt nicht die Ash gehittet oder sowas, man Naja Die Minions? Ja, ich, ja Eben gerade war ein Minion einzelt auf mich Aggro, obwohl ich Gar nicht irgendwie was gehittet habe oder so, keine Ahnung Hm Viertel ist hier unten Ja Ich werd dann gleich rein, ne Und die ist in vier und vier Sekunden erst wieder ab Erst, hau dich gleich Wie schnell die wieder ab ist, Alter Ja und? Ja, hilf mich auch weiter, mach den ganzen gesamten Damage auf mir, Jungs Guck, schon wieder ist der Aggro auf mich Der große eben, der war eben Aggro auf mich Ja klar Ja klar Naja pfff, die sind immer Aggro die Teile Bei denen sind die niemals Aggro aber bei uns immer Wenn wir zu gut sind Ash will versuchen zu ulten Ja das war jetzt useless von ihm Ja Der hier Ulti ist in zwei Sekunden ab Ready Na bringt nichts, Fiddle ist Ulti machen Fiddle will hier Ulti machen, glaub mir das Der ist da oben drinnen Nein Ist er nicht? Nein, Fiddle ist hier jetzt Fiddle ist hier jetzt Mit Ash Die will nur reinpoken Ja, Fiddle ist noch da Ja, Fiddle Guck mal, Fiddle ist Galoff nicht Aber wenn dann Ward ist, bleibt mal jetzt hier hinten so entspannt so ein bisschen Der hat das Der hat das Der hat das Dramat Weil das bringt sowieso grad nichts Außer EXP abgreifen Na, Fiddle Ich bin seit Jahren vor ihnen Ah, wenn wir Q in einfach reinhauen Sobald die freien Schuss ist Ach, WTF WTF, ne? Ich hab gleich keine Mana mehr, lass das mal Lass das mal Lass das mal Ja Bitte nicht pfeifen, das ist zu laut Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Push weiter. Oh, schön, wenn ihr pusht. Ja, ich war da jetzt mal hier. So. Gut. Digger, die machen sich immer gegenseitig. WTF. Ja. Immer gegenseitig. Okay, geil. Go, 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 go. Geh rauf, geh rauf, geh rauf. Ah, es ist zu spät. Warum auch nicht wartet, bis wir die Minions weggepusht haben, ne, so. Ja. Ja. Was ist ihre Position? Oh, Vettel wartet die ganze Zeit. Naja, ich hab kein Mana mehr. Lass mal einmal zurückgehen. Ich hab nämlich jetzt Iceborne Gauntlet ready. Gut. Warte mal. Warte mal, lass uns einmal pushen. Na, okay. Mal einmal durchpushen, weißt du, dass wir so ein Saveback haben, dass die unseren Tower nicht anhalten. Oder nicht so doll halt, wenigstens. Bei Iceborne Gauntlet ist es gar nicht so schlecht. Ja. Dann hol ich mir unten jetzt auf der Lane Mercurys, ne, weil... Ja, klar. Ja, weil wenn ich Mercurys habe, dann ist der Stun nicht so schnell mehr das cool. Ja, ich hol mir auch danach gleich Mercurys. Und ich hab erst mal Sidesun auf 5 geholt. Upgrade. Ja. Und das ist nicht jedes Mal geworden, bis hier, wie ein Irrer. Jo, er versucht jetzt den Ward wegzuklatschen. Hier ist gewordet. Ist Pink Ward drin, ne, davon? Normal Ward ist da drin. Ist ja nicht so schlimm. Ja. Riecht jetzt doch nicht aus. Ich meine nur Pässe. Ja. Pass auf, der ab. Up. Weiter. Ja. 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 Deixa ichoding. Ich schicke mich rein. Warum Ward da rein einfach nur? Das ist das. Up, 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 up. Was ist ihre Position? Was ist ihre Position? Oh, Elise kommt drunter. Sie ist hier vorne. Hm. Da ist sie ja Einfach fahren Oh Gott Hey sie ist der Dritt drunten Ja sie kommt runter zu uns Ne ne kommt nicht Oh Fiddle Fiddle kommt er will Ulti machen oder er pink wardet Ja komm mal lass mal zu hier her gehen Lass mal hier her gehen Na ich glaub er hat uns gesehen Los auf Ash Na Okay sie hat alles gewastet Ulti Flash glaub ich ne Ulti Flash ja Hättest du deinen eh nicht vermasselt Dann wärs Super gewesen Dann wärs einfach ein sicherer Kill Lass uns doch mal zurück gehen komm mit Ich will meine Mercury's erst ausbauen Alles klar Und dann noch mal ein Fight mache Ja ich nimm gleich mit Homeguards mit 950 Gold Schon normalen sie Magie erstmal Als nächstes dann erstmal last risk gone done Lifestyle Mal scheiße Hättest du deinen eh nicht verhooked man Ja Wär so ein easy Kill gewesen Naja Hauptsache sie ist aus der Lane Na das Ding ist sie hat jetzt Wir müssen hier unten so rein weißt du so Du hast 115 fahren Sie hat nur 86 Das ist okay Das ist okay Go Go einfach go Ich hatte keinen Flash Soll ich Tauere bleiben? Nein Ich hab sie richtig schön runter gepokt Ja Oh Lies Wie die Babysittert hier unten Weil die ihre eigene Lane nicht halten können Ja Na guck mal Jetzt kommt er wieder schon wie die Spinner wieder hinein Oh das ist schlecht Sauber Good Job Guys Shut down Ich lebe sein Okay ich geh weg Obwohl wir können einen Dragon machen Ja machen wir auch Ja Das lachst du Aber wir haben schon gewonnen Digga Ja Tschüss Tschüss Danke fürs Zuschauen Youtube Bis dann Tschüss Ciao Hasi war gut